Vatertag bei den Promis auf Instagram, da wird ordentlich gefeiert und gekuschelt. Unzählige Posts sollen zeigen, Papa ist der Beste. Doch meistens kommen die Fotos und Videos von den Müttern, so wie hier bei Sarah Engels, die den besonderen Herrentag ganz kuschelig im Bett mit ihrem Mann Julian startet und ihn als Anker der Familie bezeichnet. Auch ihrem Opa widmet die Sängerin ein Video, das dem bald 85-Jährigen rüstig bei einer Feier zeigt. Und Papa Julian freut sich mit Töchterchen Solea auf den Schultern. Die Katze feiert ihren Lukas mit einem Video-Zusammenschnitt der schönsten Szenen mit Töchterchen Sophia. Da wird geföhnt und gealbert, was das Zeug hält. Love Island und Temptation Island Star Sandra Janina schwelgt ebenfalls in Erinnerung mit alten Aufnahmen. Wie sie als Kind auf Papa rumturnt. Und auch die neueren Aufnahmen sollen wohl zeigen, dass ihr alter Herr auch noch ganz rüstig zu sein scheint. Nun denn, ein Hoch auf die Papas. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020